Samstag, der 8. Juli 2017. Es ist 19.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Lottoziehung am Samstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser neues Studio hat noch keinen Super-Sechser hervorgebracht. Der Jackpot steigt also weiter an. Heute steht er bei rund 13 Millionen Euro. Da ist hier wieder die magische Zahl 13, aber wer weiß, vielleicht bringt sie Ihnen ja heute sogar Glück. Wir machen unser erstes Ziehungsgerät startklar. Das Ziehung von 6 aus 49. Alle Kugeln und Geräte sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß verprüft worden. Jetzt geht's los. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen jetzt viel Glück. Unsere Ziehung wird ja neuerdings über die Plattform YouTube gestreamt. Natürlich immer live, damit Sie auch alles hautnah mitverfolgen können. Und bei YouTube können Sie sich die Ziehung sogar über unsere neue 360-Grad-Kamera anschauen. Vielleicht haben Sie ja in den letzten Tagen schon das Video entdeckt. Hier geht's mit der ersten Lottozahl los. Die 2. Denn wenige Minuten nach der Live-Ziehung steht das Video der 360-Grad-Kamera zum Abruf bereit. Damit können Sie dann die Ziehung nochmal aus einer ganz neuen Perspektive erleben. Mal gucken, was alle anderen hier im Studio während der Ziehung so treiben. Weiter geht's mit der 40. Und mit der neuen 360-Grad-Perspektive. Hier steht übrigens die Kamera. Da wird die Ziehung noch transparenter. Jetzt können Sie also, wie gerade eben schon gesagt, fast so in jeden Winkel des Lotto-Studios hineingucken. Die nächste ist die 23. Soweit also unsere neue Kamera hier im Studio. Und noch zu unseren Gewinnern. Da gab es nämlich einen glücklichen Gewinner. Zwar nur mit einem einfachen Sechs, aber immerhin. Rund 900.000 Euro gehen nach Brandenburg. Glückwunsch dazu. Die 27 ist die nächste. Und jeweils 100.000 Euro aus der Zusatzlotterie Super 6 gehen dieses Mal nach Bayern, Rheinland-Pfalz und nach Sachsen. Also alle hatten natürlich die sechsstellige Gewinnziffer in der obersten Gewinnklasse richtig. Die vorletzte Zahl, die 3. Und die siebenstellige Gewinnzahl im Spiel 77. Die hatte am Mittwoch niemand auf dem Schein richtig. Da geht's heute um etwas mehr als eine Million Euro. Also auch da die Chance, Millionär zu werden. Vorausgesetzt, Sie gewinnen allein. Die letzte Lottozahl ist heute die 17. Das sind sie, die sechs Richtigen am heutigen Samstag. Und bei uns geht's natürlich jetzt weiter mit der Ziehung der Superzahlen. Ich drücke Ihnen allen nochmal ganz fest die Daumen. Viel Glück. Insgesamt sind es heute bei uns 36,2 Millionen Euro in der Ausspielung. Und es geht, wie gesagt, um rund 13 Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse in unserem Jackpot. Und die Superzahl heute ist die 2. So, damit stehen alle Gewinnzahlen vom heutigen Samstag fest. Und die gucken wir uns natürlich nochmal an in unserer Übersicht. Hier sind sie nochmal die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 2, 3, 17, 23, 27, 40 und die Superzahl ist heute die 2. Weiter geht's mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden hier bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Im Spiel 77 gewinnt 3, 2, 4, 5, 4, 7, 8 und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Auf Lotto.de finden Sie wie gewohnt nochmals alle Gewinnzahlen zum Nachlesen. Und heute am Samstag natürlich auch die Gewinnzahlen der Glücksspirale. Wir sehen uns wieder am Mittwoch um 18.25 Uhr geht's dann los. Bis dahin Ihnen allen noch ein schönes Restwochenende und einen schönen Samstagabend. Tschüss, machen Sie's gut.